So, hallo, willkommen zu Let's Run The Battlefleet 3 im Multiplayer und ich muss euch etwas Tolles erzählen. Ich habe gerade eine komplette Stunde Battlefleet 3 aufgenommen. Ein relativ frühes Match, der Anfang war ein bisschen langweilig, da wurde es allerdings ziemlich cool meiner Meinung nach. Und dann habe ich auch meinen Nemesis gefunden mit dem Victor und dem Ende habe ich ihn doch noch richtig gut platt machen können. Und, naja, was ist das Problem? Ja, genau, das Spiel ist zu laut. Viel zu laut. Oh, Mann. Naja, ich hoffe mal, diese Ordnung wird genauso cool aus, wenn ich jetzt wieder was eingespielt, das ist ja auch ein Vorteil. Du wirst eine Rakete reingeschoben in dein Gesicht, weil das ist schön. Au. Javelin? Okay. Was zum Teufel macht der Jungen. Was zum Teufel habe ich im letzten Tag, äh, den, 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 ich war immer verloren in 10, dem sie auch gesagt, ich war immer verloren, weil ich so deprimiert war als Support von der Stadt. Oh, naja, wo ist der Kerl, der auf mich schießt? Da. Ja. Und, naja, wo ist der Kerl, der auf mich schießt? Weißt du, oder? Weißt du's denn? Weißt du's nicht. Also, das sind kleine Aufschärracken, aber. Weiß'n, Dinger? Nee, weiß'n nicht. Tschüss. Na ja, macht der Pilot jetzt mal wieder was? Ähm, so treffe ich nix. Ähm. So, ich bin weg. So, ganz kurz zur Unterbrechung. Ja, für euch ist ein Schnitt. Ich bin runtergefallen und gestorben. Nein, damit hätte ich mich ein Typ umgebracht. Ich muss sagen, ganz kurz zu entsprechen, unterbrechen wir ja eine ganz kleine Unterhaltung. Tut mir leid, ich hätte eigentlich auch noch mal laufen lassen. Aber egal. Ich hätte irgendwie ne schöne Überblendfunktion, äh, Überblend, äh, Dinge zu einblenden. Ja, genau. Ja, ich hole mal hier dann, äh, Humvee. Weil der hat nen MG. Naja. Seine Karte ist sehr schön. Oh. In dem Server, auf dem ich, äh, vorher war. War halt schon alles weggebombt. Ah, ich hab ne Rupe. Rupe. Oh, hier hat nen Tübe vorgewandt. Das war so richtig gut. Ja. Ja. Aber ich war's auch doch sinnvoll. Weil der hat mich schon der Typ abgelenkt, als wenn der... Ah, jetzt versteck ich mich. Keiner fühlt mich, aber... Ne. Weißt du, wie heißt der? Ja. Und wo ist der Typ abgelenkt? Und wo ist der Typ abgelenkt? Ja. Ja. Es wird eine Kontinette schon über die Flieger aufgenommen, ja. Und dann nicht nur vier Minuten, ich werde es schon zweimal unterbrauchen. So. Du entschaffst dir gar nichts. Ich werde jetzt zu sagen, habe ich geraten, dass da einer war. Nicht, dass ihr denkt, dass die Diverser. Oh, jetzt tun wir uns doch anschaffen. Verdammt, ich habe ihn nur angehilt. Oh, der wird, glaube ich, gemessert, glaube ich. Ja, ich glaube das. Naja, egal. Ja, eigentlich nicht egal. Oh, ich habe gerade Lust auf... Da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Da bleibt ein Scope drauf. Gut, gut, gut. Kann man bitte irgendeiner Spot-Points placen? Au! Da war noch einer drin, verdammt! Die Tür war offen, deswegen habe ich gedacht, da ist keiner mehr drin. Naja, so viel dazu. Oh, wir sind komplett zurückgeschlagen worden. Verdammt. Na, der Typ holt sich den Panzer. Ähm. Oh. Gut, denn keiner haben wir. Der Panzer ist hinter mir, ist voll. Wow, der war, der war knapp, also. Uh. Uh, ja. Na ja, zu kurz weitergehen geht auch. Oh, der ist in die Bräne komisch aus. Wacht, ich muss mir ganz kurz. Ich muss mir den Grafiker instellen holen. Alles auf high. Jetzt ist alles auf ultra. Oh, die sind immer noch voll komisch aus. Verdammt! Schade, dass ich krieg den. Ich darf wirklich, ich krieg den noch. Aber, was macht der denn da? Wo ist der denn? Oh, man. Nee. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Der Idioten-Squads. Flack. Na, der Squads hat ganz gut drauf zu sein. Hallo? Hä? Ich hätte vielleicht doch einen Scope auf die Waffe drauf tun sollen. Au! Ich wusste, dass da einer aussteigt. Hätte mich auch messern können. Oh, verdammt. Oh, egal. Was ich das Menü auch nicht früher zeigen können. Hier ist dein erstes Tag. Ich bin der Mann hier überrascht. Ich bin der Mann hier überrascht. Ich bin die Leute Spawn-Fan, obwohl ich tot sind. Verdammt! Rette uns, los! Oh, fuck me, nigga! Ja, ich glaube, der Typ erlebt jetzt auch nicht. Das könnte schon eine schnelle Runde sein. Also, keine Stunde dauern. Ja, gut, dann gehe ich mir ein bisschen defensiver davor. Ja, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Wie, schon tot? Aha! Was macht ihr denn da? Da ist er irgendwo. Irgendwo ist er. Da! Kacke! Wow, ich bin echt super suppressed hier. Super. Das finde ich nicht toll. Ich sage nur so, super Leute. Sag mal, kannst du bitte sterben einfach? Ja, ich habe den Typen gesehen. Ich weiß, ich bin tot reingerannt. Aber er ist ja nicht gestorben. Es hat mich aufgeregt. Ich bin gestorben, weil ich gehustet habe. Insider. Also nicht Insider, aber ich habe das gerne. Ich bin gestorben, weil ich gehustet habe. Das macht voll damage. Los! Das macht voll damage. Das macht voll damage. Das macht voll damage. Damage Hab dich What? Achso, das ist die Waffe fort Oh, das war's Ja, Leute, ich hätte euch gerne diesen kompletten Stundenpart gegeben Hab mich schon überlegt, wie ich den am besten hochlade Um dann zu sehen, dass es nicht funktioniert Aber ich hoffe, das hat euch gefallen Ich fand die Runde gar nicht mehr so scheiße Ich fand, das war ganz gut eigentlich Wir haben zwar verloren Und ich hab's nicht von meiner besten Seite gezeigt Aber ich fand's gut Es hat mich überzeugt Oh, ich bin so ganz oben Ja, natürlich, klar, Leute Gut, mit denen kann ich dich mithalten, aber Naja Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute Wir sehen uns auch hoffentlich im nächsten Part Als nächstes müsstet ihr ihr Crisis am Montag bekommen Ich hoffe, es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Tschüss